Ein Volkswagen Touran steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 150.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 105 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,6 m pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017